Willkommen zurück meine lieben Freunde zu meinem Let's Play Pathfinder Kingmaker. Wir sind in der Hütte der Swamp Witch. Puh, das sind aber ganz schön viele. Du machst mal das. Harim macht mal das. Lindsay macht mal das. Ah, das sind nur Walks. Das ist ein ferocious Walk. Du nimmst dir den vor. Geh nicht weiter. Das war ja einfach. Oh, da ist ein toter Mann. Haben sich das auch verändert? Ab dem letzten Mal. Was ich gespielt habe. Nein, nicht. Da geht es auf jeden Fall nicht rein. Ist auf jeden Fall recht groß hier. Und ich beiß. Ja. Wie tust du das? Ein Diabohr. Schau was an. Was macht denn das eigentlich? Das wird doof. Was? Was? Sprich ihn einfach. Oder sind diese Tiere taub, dass du sie nicht treffen kannst damit. Was? Nichts muss. Das wird schnell. Hallo? Oh, da ist der Enger. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich den total übersehen, diesen Teil. Eigentlich nicht. Ich weiß, die brauchen wir dann später bei der Hexe. Das heißt, ich kann dir auch für fear, oder wie? Oh, eine Kiste. Vielleicht sollten wir mal wieder speichern, sicherheitshalber. Okay, wir applaudieren dich für das, was du als einzige kannst. Ich weiß nicht. 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 Ich liebe dich wie ich nie lief' noch. Aber wenn du dich bist, die Frau faltert, und sie collapses in sobs. Ich weiß nicht. 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 Ich versuche dich. Ich versuche dich wieder zu sein. Es wird mich viel mehr, als ich dich verletzt. Das klingt cool. Das ist allerdings nicht cool, da ist es mich brutal wie ich. Scythe tree will not leave us be. Simply being brave is not enough to defeat it. What is the Scythe tree and why is it dangerous? Its teresia curls her fingers imitating claws and pretends to snatch up something with them. Falcus jumps in. First it's just a tree, fire is not its friend. And you'd best use a weapon suited to chop through its bark, not impale it. Also pfeile sind vielleicht nicht so gut. Asmodeus doesn't support those who work for free. What can you offer me? It's not much, but teresia gets a small chest from under the tree rocks. Ah, das ist gut. Fine, I will help you. I am so grateful. You are our saviour. You will find it south of here in a large gate. Good luck. We'll wait for you here. We know nothing from the village. A sigh and closes her eyes, as if remembering. It was a beautiful place, a human village on the edge of the real Fae kingdom. They lived in peace alongside the Fae for generations. United by friendship. Sometimes even by love. As Ryd looks away. That is, until our queen, Calitropsia, lost her heart to the headman's daughter. Such a beautiful couple. But it happened at their wedding day. Both humans and Fae, and gathered to celebrate the union. No one knows what happened next. But in the midst of the festivities, Calitropsia suddenly transformed. She changed into a monster. The Driod's voice drops and she glances around, as if afraid another might hear. She became the scythe tree. She killed her bride, her love, then destroyed the village. Humans fled or were killed. Same with Fae. Our kingdom fell in a heartbeat. I couldn't leave my tree, so I slept for many years, until I awoke to the sound of pipes playing such beautiful music. Girl from the village, Mary the Druid. Your world and the world of the Fae are great and wide, yet rarely do they touch it. It is unfortunate for when they do great joy as possible. Not simply between two souls, but more so when a third arises from their love, a child either born or found. Here for instance, when my tree and I were far younger than we are now, a girl lived here. Elgar Vernierks. She was the daughter of the woman from the village. Her father, a satyr, we loved her so much, watching her grow, laugh, learn. But her mother took her and left. If she still lives, she is certainly forgotten all about us. Her poor father missed her so much, the grief never left him. It was in his eyes when he passed. The Druid is silent for a moment, averting her eyes, then turns to face you again. Humans and Fae both love and love strongly, and we feel the same pain when we are cut off from the ones we hold in our hearts. Okay. Step, step, step. Step, step, step. Step, step… I spy. What do I spy? You spy… Oh shit. …about getting ready. Okay, the rescue. Please. Okay, I'm just trying to get your money. habe ich gespeichert das war vor dem Gespräch oder ich bin ein Idiot ich hätte vorher speichern sollen bevor ich das versuche da rein zu kommen na gut jetzt können wir durch das Gespräch relativ schnell durchhüpfen es ist nicht mein glücklicher Tag na gut, da hat mir nichts gescheites so gesehen passt das schon oh nein, wir haben auch die wir haben auch die Dings noch nicht gemacht oder? doch, wir haben sie schon gemacht wir sind schon da das kippen wir einfach schnell durch noch einen Diplomacy-Check. Ah, aber wir sind aus Motivos Anhänger. Okay, ähm... Ich komme da, jo... Was hast du für... Skills Athletics plus elf. Du machst mal folgendes. Du machst Inspire Competence. Damit machst du plus zwei Bonus und all Skill Checks. Das ist mal das eine. Intuitions. Ja, aber. Ah, ja. Oh... Finde ich cool. Das ist ein 26er. Wer macht das? Amiri. Amiri hat einen Bonus von... von... Athletics 13. Das heißt, sie muss nur einen... Agility oder Mobility? Athletics, ja. Sie müsste in Wirklichkeit nur einen Wert... ... ... ... ... Ich werde nochmal laden. Ähm... ... ... Wenn ich es schaffe. Schauen wir uns das nächste Mal an, was ich hinten gefunden habe. Okay? Bis dann, meine Lieben. Schlafke und Trampus Schönes. Schlafke und Trampus Schönes. Schlafke und Trampus.